Wusstest du, tiefgefohrene Gemüse sind viel gesünder als frische Gemüse, was du aus dem Supermarkt oder Bauern kaufen kannst? Natürlich ist die Gemüse, was du von der Bauern kaufst, nach dem Ernten sofort kaufen. Das ist sehr gesund. Aber du musst sie auch sofort bearbeiten, weil nach dem Ernten fängt die Verwesungsprozess sofort an. Nach dem Ernten, bis die Gemüse in den Supermarkt angekommen sind, dauert es auch einige Tage. Und da verlieren die ihre Nährstoffe und Vitamine. Durch Licht und Wärme senkt die Nährstoffgehalt, fängt an zu verdorben und die tiefgefohrene Gemüse werden schockgefroren. Das heißt, nach dem Ernten bei minus 40 Grad eingefroren. Dadurch gar kein Verlust an Vitaminen, Spurelementen, Sekundärpflanzen, Stoffen. Sämtliche Verwesungsprozess wird gestoppt und dadurch erhält alle Nährstoffe und Vitamine. Und deswegen ist die Gemüse auch natürlich sehr gesunder. Und hast du gemerkt, dass die Tiefkühlgemüse wirklich sehr gesund sind? Ich kaufe persönlich selber sehr viel Tiefkühlgemüse. Noch ein Vorteil ist für mich, ich kann jederzeit mein Lieblingsgemüse essen. Teil dieser Video mit deinen Bekannten und Freunden, damit die auch damit anfangen können. Und wir sehen uns nächstes Mal mit einem neuen Video. Bleib bis dahin gesund!